Alarm, es kommt ein Notruf an, Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Wenn Sie registrierte YouTube-Nutzer sind, liken Sie doch unsere Seite und abonnieren Sie unseren Kanal. Hallo zusammen. Heute werden wir Feuerwehrmann Sam's brandneue Feuerwehrstation und Deluxe Jupiter auspacken und damit spielen. Seid ihr bereit? So sieht die Vorderseite der Feuerwehrstation aus. Wenn wir die Box drehen, können wir das Innere der Station erkunden. Sollen wir es uns mal zusammen anschauen? Im obersten Stockberg gibt es eine Küche und einen Raum, in dem das ganze Team sich entspannen kann. Natürlich nur, bis es einen Notfall gibt. Im Erdgeschoss sehen wir die ganzen Werkzeuge, die Feuerausrüstung und die Einsatzzentrale. In der Feuerwehrhauptmann Stiel auf dem Bildschirm die Notfälle verfolgt. Und natürlich gibt es, wie bei einer echten Feuerwache, eine Rutschstange. Das sieht nach richtig viel Spaß aus, oder? Ihr könnt den Knopf an der Spitze drücken, um Feuerwehrmann Sam die Stange hinterrutschen zu lassen. Musik Musik Es ist ein ruhiger Tag auf der Feuerwache und Feuerwehrmann Sam genießt eine Tasse Kaffee. Feuerwehrhauptmann Stiel ist an seinem Computer, um zu überprüfen, dass es keine Notfälle im Ponzi-Pandy gibt. Aber wartet mal. Was ist das hier auf dem Bildschirm? Es gibt einen Notfall in der Stadt. Schnell den großen roten Knopf drücken, Feuerwehrhauptmann Stiel. Schnell Sam, schnapp dir die Feuerausrüstung und springe in Jupiter. Musik Feuerwehrhauptmann Stiel muss Feuerwehrmann Sam Anweisungen über Funk geben. Wir wollen nicht, dass er sich auf dem Weg zum Feuer verirrt. Was ist der neueste Stand? Feuerwehrmann Sam ist rechtzeitig dort angekommen und hat wieder einmal den Tag gerettet. Tolle Arbeit alle zusammen. Vielen Dank fürs Ansehen und das Spielen mit uns. Vergesst nicht, auf Gefällt mir zu klicken und für viele weitere Feuerwehrmann Sam Abenteuer unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020